Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 mit mir und ganz allein, denn wir werden heute diese Pflanze überfahren. Ach, wäre kaum Schaden. Lächerlich. So, wir werden heute ein paar Banditen fragen, ob sie ein paar Gliedmaßen für uns übrig haben, denn meine habe ich verloren. Und zack, da wären wir schon. Hallo. Ich habe euch vorhin schon getötet, aber ich komme gerne wieder. Ich darf nicht springen, Freunde. Ich darf nicht springen. Wenn ich springe, dann brauche ich packen. Ich kann nicht erst machen, wenn ich den mit packen habe. Ist aber so seltsam, wenn ich nicht springen darf. Manchmal mache ich hier immer die Action. Weiß ich bin doch gar nicht gesprungen. Das sind erst klassische Gliedmaßen. Könntest du mir noch mehr besorgen? Ich möchte aus einem großen Angebot auswählen können. Wir Menschen lieben die Qual der Wahl. Wir Menschen. Wir nicht gute Typen. So, die nächsten Gliedmaßen. Eigentlich kann ich mir die Gliedmaßen schnappen und abhauen, oder? Aber ich will ja die Sticks. Ich sehe sie von hier hinten aus. Niemand hier? Das ist crazy. Ich freue mich schon auf diesen eigenen Augenblick, wenn wir sehen, wie er sie anzieht. Bestimmt klebt er sie einfach auf seine Stacheln drauf. Das kann gut sein. So. Wir sind übrigens ein schwungvoller Punk geworden. Nice. Ich gebe zu, das war nicht die beste Fahrt meines Lebens. So. Hier haben wir noch Mitgliedmaßen. Direkt da oben. Slugma Vapor Extraction. Ja, ja, starbe ich an. Komm zurück. Du darfst mich Daddy nennen. Was? Ich komme zurück und er läuft weg. Das ist mit ihm nicht in Ordnung. Bist du alleine? Ich brauche noch einen Kopf für meinen Kampus. Ich wollte schon sagen. Ach, ich sehe die Treppe. Ich brauche die Treppe. Ich brauche mich nicht. Du Cryst! Ihr könnt mich nicht aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Außer vielleicht die bulletin, in der wir gestern waren. isetylum fressen wir nicht runter durch! Moment. Oben? Oder hier? Ich glaube oben. Hier müsste das sein, ne? Slugmar Riffenry Wir machen heute kein Gesichtsmatsch Vielfalt nicht mit mir Oh, die Bläden Cool Kann ich hier durchgehen? Ich bin nicht gesprungen The fuck Als wenn ich gesprungen wäre So, hier müsste der letzte sein Jetzt hör auf wegzulaufen Ich bin schon wieder nicht gesprungen Aber gut, hey Ist ja egal Holy shit Bitte noch jemand Danke Geht doch nicht weg So näher ran konnte ich auch nicht Oh, hallo Könnte ich kommen sehen So machen die sich gegenseit fertig So, dann wollen wir nochmal zurück Ich hoffe Wir können Ja, können wir Wie gut geht Eingesammelt? Ich glaube schon Ja, diese Gliedmassen sind eindeutig die besten Menschheit Ich komme Hallo Ich bin ein Mensch Ich nehme Nahrung zu mir Und ich begehre Dinge Ich habe Kreditkartenschulden Und eine Frau Für die ich nichts empfinde Allein der Kopf Und er hat seine Rüstung geändert Der hatte Zecken oben rechts Jetzt hat er Zahnräder Nichts haben wir wieder so Kettensiegen Moral hat abgetrennte menschliche Gliedmaßen an sich befestigt Aber irgendwas ist immer noch merkwürdig Abgesehen von der Tatsache Dass abgetrennte menschliche Gliedmaßen an ihm befestigt sind Oh, irgendetwas stimmt immer noch nicht Moral hat endlich das Geheimnis Waren Menschseins entdeckt Er braucht allerdings deine Hilfe Lol Dank ein wenig Hoffnung, Zauberei und Geballer Wurde Moral endlich zum Menschen Mehr oder weniger Dieser Kampf hat richtig Spaß gemacht Komm jederzeit wieder Dann wiederholen wir das Plus 3000% Schaden Plus 50% Liebe Was ist das? Was zum Teufel? Aber ich will alle beide Okay Also da sind Plus da drauf Gib mir das Leben zurück Oder Schild Das ist eine verrückte Waffe Plus 3000% Schaden Moment, wo ist mein Handy? Das muss ausgerechnet werden, Freunde Das muss ausgerechnet werden So Gut So, ich bin mein Rechner Also, Rechner So Okay Dann 48 Okay, das war scheiße Ähm Wie rechnet man das auf den Taschenrechner? Keine Ahnung 1440 Also plus 1440 Schaden Aber theoretisch ist die hier besser Ich hab grad so gelacht, dass ich Äh Husten musste Wir wollen sie nochmal auf Äh Auf jeden Fall testen Plus 50% Liebe Kann Lebensraub sein, ne? Wieso hab ich eigentlich nicht Mein Fahrzeug genommen? Ich wies das nicht So Nächster Stop Wäre damit Sankt to Ari Nö? Kundendienst machen wir ja nicht Weil kein Bock Das kriegen wir noch nicht hin Und Monster Mix müssen wir jetzt abgeben Okay Das kriegen wir doch hin Dann gehen wir jetzt zurück nach Sanctuary Werden dann die Monster Mix Aufgabe abgeben Und die nächste Monster Mix Aufgabe annehmen Und dann gucken wir mal Komm schon Nicht umdrehen Dann fahr ich auf den richtigen Weg So, wo ist hier die Schnellreisestation? Da Alle Läden sagen Schnell als bei Scooter geht's bei keinem Catch Äh Hab ich mich wohl gerade selbst beleidigt Ach man, ich muss hierbleiben? Ha, ha, ha Verarschen kann ich mich alleine, ey Ganz ehrlich Ein Glück hab ich's noch bemerkt Bevor ich losgezogen bin So Zurück in der Stadt des Himmels Und dann gucken wir mal Was er als nächstes von uns will Zwischendurch mal eine So, Waffengenauigkeit Und Ladegeschwindigkeit Äh Da wird was ausgeheckt Die bessere Hälfte Und mehr Pep Okay Da wird was ausgeheckt Bessere Hälfte Und mehr Pep Ähm Okay, da war's schon mal nicht Erhöht deine Chance auf Feuer Ja Bessere Hälfte Wenn dein Magazin halb leer ist Erhältst du einen Bonus Auf deine Feuerrate Das ist natürlich Nicht schlecht Aber bei der Schottie Gibt's keine Hälfte Ähm Ja, allgemein eigentlich Nicht so wirklich cool 20% cooler Die Abklickzeitrate Deines Actionskills Na gut Ähm Mehr Pep Kabel sprechen nicht Entdecktische Verbrennung Ja, das war kacke Ja, das war kacke In keinster Weise Ein Lohn für erbrachte Dienste Da Über die wir den Mantel Des Schweigen zöllen Z braucht mehr Kreaturenteile Ich Auch Will Mehr Örparteile Sag Iemandem Im Iemand Im Also Kein Wort Zu irgendjemandem Mach ich nicht Mach ich nicht Jetzt wenn ich das tun würde Ich bin schweigsam Ich bin sehr schweigsam So, wo müssen wir denn dafür hin? Hoffentlich nicht allzu weit entfernt Da fällt mir ein Was willst du denn? So, wir haben 16 Nee, wir haben 35 Ah, du Scheiße Ja, was nehmen wir denn da? Oh, Pistole Können wir jetzt ein bisschen Munition mit der Pistole tragen? Ist auch nicht schlecht So, nächster Halt Sozusagen Schüder hier Ja klar, da kommt die auch runter Aber So kann ich mir natürlich Solide ich testen Ich baue was Größeres Ich mach dich mobil Wenn ich die jetzt Andere Mauer bekämpfen muss Um da reinzukommen Ich dachte schon Irgendwo am Arsch der Welt War ja wieder klar Weißt du Wer ja auch zu viel verlangt Gleich in der Ecke zu sein Für vier Rackteile Die haben wir auch vorhin schon gesehen Meine Stacks Warum nicht? Warum tut mir Warum? 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 Das ist nicht mehr Ernst? Meine Jungs können den Zugang zur Stockade-File sprengen Aber dazu brauchen sie mehr Feuerkraft Du musst ein paar Sprengladungen für sie klauen Leckt mich ganz ehrlich Leckt mich Meine Stacks Einfach so Weg Ohne Grund Einfach weggenommen Einfach weil die Quest sich dachte Ach komm Trollen wir einfach mal Die Spieler Arschlöcher ey Alles Arschlöcher Keine Ahnung Wo ist das Geld gerade Komm Komm Wo ist das nicht Bin ich überhaupt noch richtig? Ja Vielleicht hätten wir die Brücke nehmen sollen Ach wir sind jetzt wieder hier Es gibt da einen Schleichweg durch Oh Findest Wartoof und begib dich zum Arid Nexus Ach Ach Wir sind zurück Kommen wir jetzt etwa hoch Um dahin zu kommen wo die Swordtooth-Vanditen ihre Bomben lagern Musst du durch die Guano-Grotte Du musst dich durch jede Menge Swordtooth-Kerle durchkämpfen Aber hey Sonst wird es ja keinen Spaß machen oder? Höchstwahrscheinlich müssen wir hoch Meine Slots kämpfen seit Jahren gegen die Swordtooth Diese Bastarde haben dutzende Kammerkrieger an Jack Ausgeliefert Wenn die Kohle nur stimmte Töte sie alle Kammerjäger Und du wirst dabei lächeln Okay Ich muss ja noch mal zum Sieg Gut wir sind wieder zurück Wo die Gegend ein bisschen billiger sind Da können wir uns das Decks wieder aufbauen Aber trotzdem ist es ärgerlich Dass ich da einfach runtergefahren bin Also ich konnte nicht mal irgendwas machen Da war eine Brücke die sah so aus Sonst könnte ich da rüberfahren Und plötzlich hebt sich die Brücke hoch Und ich bin tot Wow Großartig Nicht die Kopf da Alles so nicht die Kopf da So doch hier runter oder? Ja Jetzt kann ich den Warschel benutzen Endlich Mein Kroll Kuss auf dich Okay Laufher ist gerade an einem vorbei Wie schwer es wohl gewesen wäre Wenn wir Die Explosion weitergeskillt hätten Das wäre richtig krass Wenn wir so viel verlieren Wenn die sich auch alle gegenseitig bekriegen Danke Soll ich sie erstmal töten Ist ja fast wie in der Arena Ich habe gerade gemerkt Dass das hier Keine Mauer ist Sondern ein Gegner Oh Gott Oh Gott Lass mich Mehr nach hier Ja Nehmen wir ganz viele Ich weiß noch wie damals In den ersten Folgen Das Ganze angefangen hat Mit dem Anarchiepump Wie wenig wir da noch bekommen haben Und da konnte ich glaube ich Auch nur bis 150 oder so Oder bist du da Der Aufzug bewegt sich Du musst Mautor zur Weißkulung bringen Damit er mit dem Aufzug runterkommt Der Boombringer Mautors heiß geliebter Copter Finde ihn Okay Ach hier ist schon wieder ein Stuhl Ich tue alles für eine Abkürzung Das ist nicht wegen dieser Truhe So Hier ist sowieso nur Müll drin Na von wegen Abkürzung ey Abkürzung Die Tod ja Willkommen Willkommen Zu Als ich das letzte Mal hier war Hatte ich Tiny Tina im Schlepptau Die Galaten auf die Swordtooth Banditen warf Während ich sie zu matschfrügelte Die haben vielleicht dumm gescheit Oh Hab ich damals ne Menge Leute gekillt Oh So weit weg Oh Oh Der auch so jetzt Mal drüber nach Dass Rollins Training und seine Erfahrung nutzlos waren Als er mich traf Und frag dich dann Wenn ich den weisen Anführer der Crimson Raiders töten konnte Ohne einen Schweißtropfen zu vergießen Wie schwer wird es für mich sein Einen psychotischen Banditenkönig Und einen betrunkenen scheiß Scharfschütze zu töten Ich schlaufe das Schweiß Ich verspreche es dir? Ist das was du hören wolltest? Ich habe gerade damit beschäftigt Stacks aufzubauen Stacks sind mir wichtiger als wirklich versprechen So Hi Ich möchte eins klarstellen Es geht nicht mehr um Pandora Es geht um dich Ich werde nie ersetzen können Was du mir genommen hast Aber deine Kammerjägerfreunde am Morgen Diese fliegende Stadt zerstören Himmel Das wäre ein Anfang Tja Ich bin halt der Größte Und das Größte muss man immer aufhalten Wie kommen wir jetzt noch rüber? Der Puck ist cool Ich bin erstaunt wie gut ich mir das Sniper treffe Hey Hey Grüß Wo? Ja okay Und schon war es das mit dem Treffen Es gibt nichts was Morscher mehr liebt als einen Copter Boombringer Wenn du ihn zerstörst wird er so angepisst sein Dass er den Aufzug nach unten nehmen wird um sich an dir zu retten Hoppana Nein ich wollte den Fuß treffen Na gut dann halt nicht Ich bin das stärkste Mädchen der Welt Ja ich weiß dass er noch lebt Und wenn du Boombringer sprengst sie nicht in die Explosion Geh einfach weg Du wirst aussehen wie ein Badass Wieso fliege ich mit dem Ding hier hoch? Dieser Slap hat meinen Copter hochgejagt Ohne überhaupt auf die Explosion zu sehen Aber ich hab keine Angst Ich komm runter und dann stirbst du Klingt als könntest du jetzt den Lift nehmen Du kannst Motor beim Rauffahren gerne killen Mach ich Cooler Leute Schau nicht an Explosionen So jetzt kriegt er aber ein kleiner 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 kill aufs Mowl Ich glaube er ist klein Schalte Motor aus Schalte Motor aus Du bist wirklich der beste Schläger Leck mich doch Meine Jungs kommen und klauen die Sprengsätze Aber dazu muss der Luftraum frei sein Schalte die Copter aus Schalte die Sprengsätze Habe ich das nicht? Habe ich das nicht ausgestellt? Wartet kurz Freunde können anfragen Mein Spiel anzuschauen Wo ist meine Maus? Maus! Achso Meine Maus war aus Meine Wege Schaut bei euch meine Spiele an Ist mir egal Obwohl ist mir nicht egal Da stehe ich jetzt live Wie schalte ich das jetzt wieder aus? Übertragung Übertragung Deaktivieren Ja wäre das da oben Mit dem live nicht Hätte ich gesagt Okay Aber so So nicht Wie soll ich denn jemals treffen? Das ist doch nicht ganz cool Die Wache Jetzt nachschuhen Stirb Wir treffen Wir treffen Ich habe damit nichts in der Luft Aber ich habe viel Munition dafür Jetzt bewegt ihr euch doch nicht so krass. Gott, wie du dich hasst, ne? Komm einfach her! Lass dich treffen! Ja! Das ist so scheiße ist das. Ein Klassiker. Jetzt markierst du die Kisten zur Abholung, dann werden meine Jungs zu holen kommen. Sie brauchen die Sprengladung, um den Weg zur Infostockade freizusprengen. Ulysses. Okay. Einmal hier. Ich dachte schon, da geht gleich irgendwas in die Luft. Meine Jungs kommen! Vorsichtshalber auf die Schottingi wechselt, damit ich bloß nicht nachlade. Ich habe immer so einen Drang, wenn ich meine Munition sehe und sehe, dass ich nachladen muss, dass ich einfach nachlade. Das wäre so ein Gamer-Reflex. Kennt ihr bestimmt auch. Kopf weg! Slaps sind im Anflug! Gut gemacht! Spring einfach am Ostende des Turms runter, wenn du auf dem schnellsten und coolsten Weg wieder zu der Schnellreisestation willst. Aber zuerst machen wir den hier. Aber nicht mehr heute, Freunde. Wir sehen uns morgen in einer neuen Folge. Und dann, ja mal schauen, geht's richtig ab. Haut rein, euer Sero. Tschüss! 2 3 있어요.